Mann, Alter, das wird historisch! Nein, dämlich! Hey, warum bist du denn so gereizt, Kyle? Ist dir etwa Sand in die Vagina gekommen? Nein, mir ist kein Sand in die Vagina gekommen. Ich finde es bloß kindisch, dass wir hier rumstehen und über ein Wort diskutieren, das im Fernsehen gesagt wird.